Mein Job in drei Worten, Step by Step. In meiner Rolle als Global Learning & Development Manager bin ich mitverantwortlich für die Einführung und Entwicklung einer völlig neuen ganzheitlichen Lern- und Trainingsumgebung für die ganze globale TGW-Welt. Mein Job in fünf Jahren ist wohl mehr im operativen Bereich. Da wird hoffentlich schon ein wunderbares Lern- und Ausbildungszentrum auf der grünen Wiese dastehen. Mit Gebäude, mit Infrastruktur, mit Kursen, mit Training und da einfach in der Organisation mit voll mit drinnen dabei zu sein. Also die Flagge in unserem Fachbereich wäre für mich ganz klar, es wäre ein Mensch drauf mit einem Gehirn, Symbol für ein Gehirn und ein Herz, weil das einfach der ganze Mensch ist. Um das geht es bei uns. Ich bin Jürgen Berger, Global Learning & Development Manager bei TGW.